guten morgen liebe freunde wir sind hier bei 4x4 kiefer und wir haben unseren mercedes x 350 einfach ein bisschen reisetauglicher und auch für den urlaub ja sagen wir mal ein wenig umgestaltet und platz geschaffen wir haben zum einen das neue deckelsystem montiert was natürlich einen irrsinnigen platzgewinn bringt ihr seht hier die deckplatte jetzt machen wir unseren kofferraum auf gehen wir auch mit dämpfern abgefangen haben so dass er nicht einfach aufschlagen kann ihr seht das geht fast automatisch und hier ist unser neues deckelsystem das haben wir für fast alle fahrzeuge wir haben es für transporter wir haben es für fast alle pickups und auch kleinere modelle von sprinter vw und 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 wo wir sagen können alles gut alles grün ihr könnt euch das in ruhe einbauen ihr seht wir haben zwei große schubladen wo jetzt ordnung herrscht obendrauf weiterhin eine komplette ablagefläche mit 900 kilo belastung die originale zur punkte in der mercedes x-klasse und auch in allen anderen pickups bleiben vorhanden in diesen großen wirklich großen schubladen hat fast alles platz und wichtig auch für jäger und sportschützen sehr interessant da diese schubladen abschließbar sind für angler haben wir auch einen flaschenöffner dabei weil das muss ich jetzt sagen weil ich ja selber angler bin ja dann machen wir hier wieder zu wir haben schubladen